Hallo, hier war ich Kühne mit 3.000 Kollegen auf dem Rostekanal und zu einem kleinen Fluffenkel wo ich mit uns am 3Night at Cody's bin, ist mit GAMEMAKER gemacht, nur zur Info-Gamers, grüße, New Game. Ja, da wird alles geklaut hier, Hellpoint. Gucken wir mal, ne. Naja, geht doch nicht von alleine, ich muss das alles lesen hier. Das hasse ich halt, wenn man jetzt hier klicken kann und es weg geht. Man warten muss, oh, ich warten aufs Fischchen oder was? Oh, celebrate. Hihi, nice. Nice. Was man alles hier ausprobieren, Alplicht. Security. Oh, Greggs Corner. Null. Main Hall. Showstage. Hey, hier ist ein Cody. Ich habe eine andere Hand. Sublicoet, yo. Oh, da kommt. Da kommt noch einer. Okay. Okay. What? Wieso? Okay. Es liegt sich immer noch an. Vergessen es liegt. Hört es? Es liegt sich... Danke. Was muss ich tun? Ich habe noch keine Maske oder sonst was. Ich habe keine Maske. Ah, da oben? Ah, da oben steht... Das ist die Maske. Voll hart. Das sag ich. nach� Wieso? Really? Ich gucke ihn jetzt mal, ich warte bis er kommt. So eine Rutzbeer... Jetzt hat er mich schon zweimal verarscht, oder? Oder... Ich gucke bang bang da... Ich selber noch... Bim, 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 bim... Ich stehe noch... Is coming... Ah, ich gucke ihn jetzt hier... Hä? Volles Kind, oder? Ja, die ist halt mein Spieltrieb, ne? Ja... Ich bin kurz von Paris. Ich komme doch schon mal. Really? Entschuldigung? Ach, ich stehe immer noch da... Temos. Wieso bewegt er sich nicht? Temos. Du Quicks. Du Vollpfürsten! Was ist los? Kommst du jetzt oder was? Hauhauhau! Hauhauhau! Hauhauau! Was ist blöd aber hier? ja jetzt schläft er 2 uhr wort ohne die zeit die geht ja gar nicht rum die zeit geht ja gar 2 uhr so ein schrott er gibt es aber um 3 uhr 3 uhr um meine augen tun weh wesen kann man ja durchschauen drauf er geht mal leicht auf die nüsse aufs glockenspiel aufs gehänge auf trompeten käfer an die kommen hinten raus die trompeten käfer ich nervte aber auch ich nerv euch alle gell schreibt es mal in die kommentare ob ich euch ein bisschen nerv wenn ich glaube ich habe mein ziel erreicht euch zu entertainen mit generven rosti nervt mal wieder rosti du spielkind werde werde endlich erwachsen hier rosti rosti ist ein spielkind rosti ist voll das kind rosti voll das kind wird endlich erwachsen really haha set a clown wo kam denn der jetzt wo kam der jetzt her aber jetzt no als haupt mit vermogen und wie gesagt ich bin game maker gemacht three nights at cody's heiligsblechle weil ich jetzt nicht aufs klo müsste würde ich noch mal spielen aber ich muss aufs klo sorry was hätte ich das sagen sollen das ist halt meine art ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs zusehen würde mich natürlich auch freuen wenn ihr wieder einschalten und auf meinem rauskanal seit neuestem kann man sogar kanalmitglied werden wo ihr mich monatlich unterstützen könntet wenn ihr wollt und bei mir wenn man drauf freuen ist aber kein müssen aber bitte bewertet euch das video, schreibt es in die kommentare, aktiviert die kloge und weil ihr noch kein abo haben solltet, einfach nur aufs kipfel drücken, press the hate button to subscribe bleibt mir nur noch zu sagen bleibt einfach gesund wünsche ich euch von ganzem herzen und schau jetzt mal wieder ein hier ist immer lustig in diesem sinne ich sage tschö bitte hier und füge die gerotten eure zigaretta, so jetzt gehe ich aufs klo, bye bye